so hallo wir sind immer noch fünf leute haben jetzt aber zu hide and seek gewechselt und zwar auf dem airship ich starte jetzt auch gleich die runde weil wir schon relativ lange gequatscht haben darauf geeinigt dass ich imposter werde aber wir werden sehen okay schauen wir mal erstmal jetzt muss jeder gucken was er ist dann müssen wir die augen zu machen wenn wir besatzung sind okay ich mache die augen genau ich bin es okay okay so alle anderen augen zu machen bis er sagt wir können genau du musst jetzt auch sabotage drücken und communications ausschalten das ist aus die augen aufmachen und ach so wir stand ja alle wollen wir wollen wir uns dann alle an einer stelle treffen oder oder geht es einfach los am besten machen wir das so der imposter sagte immer an wo er hingeht und dann alle anderen gehen dann irgendwo anders hin das problem ist wenn wir jetzt rumlaufen kann es sein dass manche leute ich bleibe jetzt einfach hier stehen wo ich bin so also ich würde auch einfach sagen von da aus wo man losläuft wird es geht ja immer so zehn fünf sekunden bis man loslaufen als bis bis dem poster loslaufen darf insofern denke ich wer ist jetzt im poster hast du ja der direkt neben mir steht ja hallo willst du mal mein besser sehen nee danke also zeigen darfst du es mir aber ich hätte es gerne nicht in meinem körper drin na gut ja okay ich denke regi zählt runter und dann ja es geht es geht schon los hatte kunden ist tot wenn können tod ist dann kann ich ja zu reggie gehen weil er hat cool damit ist tot ja 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 clever noch mal ein noch mal eine anmerkung geister müssen natürlich auch noch hier so soll kunden ist tot ja wieso hä deswegen redest du auch konnte nicht reden ich hatte gewundert dass die sagen ich bin tot konnte das so darf man nicht reden bin ich tot doch das war interessant aber laufen wir alle rein ach so ist schon vorbei ach so ist schon was aber was war das jetzt mit konin ist tot ich war total verwirrt keine ahnung es kann am anfang so als erster sofort gestorben also ich hätte das jetzt auch angenommen tatsächlich nein ich bin ja einfach weg also die fünf sekunden ich bin ihnen ja begegnet so wie sich gegen überstande ich gehe ich gehe in ich gehe in einen raum rein gehe aus dem raum wieder raus und also es war ja dann hat das doch einfach und das war etwas unsspannend ja ich würde die poster wischen doch ein bisschen unterstellen glaube ich ich habe doch sehr okay alles klar machen wir sie wieder runter ich glaube aber selbst wenn du lässt 0,25 fischen hätte er hat er uns weg gemacht also ich bin ja bin ja gut mit ihnen reingelaufen also gut hab ich gerade so noch gesehen dann hätte ich das nicht mehr gehabt okay ich muss einfach so den ganzen killbutton smashen und rumlaufen random aber reden wir jetzt währenddessen oder nicht weil ich war gerade ich dachte wir reden währenddessen kannst du die killdys jetzt auch noch mal runter stellen ach ja das war das das gehört auch noch dazu das war ja noch ein ding richtig killdys in short weil killdys ins video ist schon ziemlich lang ja das richtig noch nicht umgestellt korrekt okay dann gucken wir mal wie die nächste runde läuft mit killdys in short wird das richtig interessant weil der imposter wirklich die leuten aktiv nachlaufen muss um sie zu kriegen also machen das ist so der imposter sagt jetzt wo er hingeht der imposter sagen wer es ist ich bin schon wieder alles klar ja moin alles klar augen zu ist aber jetzt okay ich denke wir können einfach ganz normal wie gehabt halt dass dann der imposter einfach fünf runter zählt und alle laufen ab da los so würde doch passt also wenn ich pech ablaufe ich ihm direkt in die arme und wenn ich wieder pech habe dann ist meine task ganz woanders an die und eine task sein wie komme ich darunter ach so hier kann also sie kann wahrscheinlich schon eine task sein aber ich hatte sie stimmt ich könnte ja auch sowas wie dings machen müssen also ich muss wenn die regi wenn ich regi sehe muss ich weg laufen wo gibt es überall tasse hier im klo war auch eine task mal drin ok das ist nicht regi war hier nicht meine task ein ok ich glaube über lange oder kurz läuft man regi auf jeden fall in die arme weil man ja doch so eine art runde abläuft man müsste eigentlich querbeet wahrscheinlich laufen dass das nicht passiert schlimm wird's wenn man an seiner task vorbeiläuft und dann denkt da war sie nicht ich habe mich da halt versteckt weil ich habe also beim anfang mein anfang der runde war richtig geil konnten 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 wir sie doch nebeneinander gespawnt ja ich bin ich bin ich bin natürlich ich bin oben in den ersten raum gegangen da war mein task oh lol ja cool ja das ist schon lustig aber ich habe mir auch so gedacht theoretisch wenn man eine normale runde abläuft läuft man früher oder später definitiv dem imposter die arme müsste eigentlich ein bisschen querbeet laufen aber leuchtet der task jetzt immer gelb ja ok ich laufe damit die ganze zeit um und drückt hat alles an du musst nur gucken was gelb leuchtet das ist ja okay das macht es wesentlich leichter das einzige was ist weil was gelb leuchtet wo es sich das oder pfeil hin zeigt weil das ist sozusagen das tücke fixen aber mit der post ist deutlich besser ich war gerade wieder so kurz ich muss reporten aber nee ich habe halt den task gemacht habe ich denn die letzte ecke von electrical verpist weil ich eigentlich dachte da bin ich relativ safe und das steht so er habe ich kurz weg geguckt dann steht reggie auf einmal neben mir da das wohl noch cool down ja ich bin die entkommen aber dann ist gerade dir in die arme gelaufen ja genau also wir warten wir waren alle bei electrical aus welchen also ich denke ein task reicht dicke aus ja auf jeden fall den einen zu finden schon interessant genug ich habe mir auch gedacht was was passiert also was heißt was passiert ist dann halt totale müll wenn man kurz nichts hinschaut und da ist er läuft dran vorbei dann kommt man ganz lange nicht mehr dahin ja das kann ich mir bei mir nämlich sehr gut vorstellen okay dann schauen wir wie die nächste runde läuft was soll noch nicht muten das war zu bald so besatzung ich bin der imposter augen zu ist jetzt sogar einfacher für dich weil du musst jetzt keine task suchen kommt sabotieren ist oben links diese dieses wlan zeichen sollte jetzt auch sein ist aus ja perfekt okay stopp ricardo noch nicht loslaufen wir haben noch keine runterzählen okay fünf vier drei zwei eins hoffentlich waren das fünf sekunden und los so diesmal ist es nicht ungefähr oh mein gott okay ich bin nein ich bin nicht fertig ich habe sie ja gelesen scheiße wohin ging das net irgend auch gott was war das für ein langes wort ich glaube ich weiß nicht wo das ist doch warum solltest du nicht wenden dürfen netz hat netz keine ahnung bringt ja auch nicht so viel gott wo kannten aha ich hätte lesen müssen ich hätte es lösen müssen wo ist denn das nein wo ist das wo ist das netz was gibt es denn da oh nee was gibt es denn da als für möglichkeiten scheiße oh mein gott nein irgend so ein stromkasten kack oh nee kann man das nicht noch mal angucken oh nein wenn ich doch noch mal reinschauen nee ne ach kacke was könnten mit net alles verbunden sein aber ich muss da das das muss ich lernen mist wenn jetzt meine task die ist die fehlt dann ja dann scheiße da unten könnte eins sein das ist nicht nein bald mir rot entgegen kommt muss ich abhauen warte okay rot war hier nee das ist es nicht das ist das ist das communication ding fixen aber cockpit guck mal jetzt steht hier ihr cockpit das kannst auch hä ah nee das ist das was anderes das ist äh dings auch was ist denn mit antriebs okay das fängt auch nicht mit erinnern ich muss auf die namen gucken da stehen die ja flur tressoren das war auch kein t es war so ein n am anfang oder ne das ist es auch nicht scheiße ich weiß nicht wo es ist oh dings oben hier da das ist es das ist es n hier ne doch doch genau tagungsraum war doch kein n du warst quasi genau in mir es war echt mein task der noch gefehlt hat ich bin so blöd dass ich nicht geguckt habe wo der ist ich hatte diesen scheiß mit dem man den schalter hochschieben muss und dann sagst du den raum an und ich habe nicht rechtzeitig hingeguckt welcher raum es ist ich war die ganze zeit links in armory da wurde die sackgasse ist ja ich wollte schon weglaufen aber er hat mich im prinzip schon berührt aber er hat mich aber nicht gesehen man sieht nicht so viel ja richtig genau das ist ja das ist cool ich mag das ich mag den ich habe ich habe ich habe ich habe tatsächlich zweimal gesehen und bin den stellen die andere richtung abgehauen aber du hast mich schon mal nicht gesehen und ich lerne jetzt nächstes mal erst den namen anzugucken bevor ich den schalter hochschieben und dann ist das bild weg ich bin jetzt durch das ganze er schipp meine fresse ich stand am ende die ganze zeit in der wollte das war nicht halt ich bekomme ich glaube wenn es nicht so cool weil hier wir können ja auch nicht andere sachen benutzen oder ja aber schon sagen was bringt er denn was bringt ihr denn event also wenn du dich versteckst wirst du ja wohl nicht so dumm sein die trägten event zu stellen also ok es ist bringt ja nicht so viel wirklich also du kannst halt gerne wenden da hätte ich jetzt gesagt also wenn wir merken dass das das irgendwie zu einfach machen wir immer noch sagen dass wir verbieten ja das hat den vorteil weil es den imposter schneller macht und du kommst ja auch aber du kommst ja auch nicht glaube ich von allen zu allen nee du hast vier dreiecke drei dreiecke und eine zweier verbindung mehr alle zu alle war bei mir genau aber ja der imposter kriegt ja ist ja auch schon dadurch gehandicapten dass er weniger sieht also ich finde das schon okay dass wir dann dadurch wieder ein bisschen wussten dass er das sein wird kriegt ja und du kannst immer noch vor ihm abhauen also ich denke event wird jetzt nicht zu viel aber wir können es einfach ausprobieren so mir ist es grundsätzlich egal ich mich schließe mich mit der mehrheit an die vergnügen kann man da eigentlich am anfang auswählen zum poster du kannst den raum starten wo du richtig okay ich bin im poster du kannst beim airship auch nicht nur als imposter das kannst du immer machen du kannst immer den startraum weil das ist halt viele bereiche hat kriegst du drei zur auswahl und kannst dann einen wählen okay so ihr müsst kurz warten bis ich sabotiert habe wo ist jetzt wieder kommen wir da ist communication sagt okay komm ist sabotiert ich muss runter zählen und dann mich muten sonst hört ihr meinen fünf vier drei zwei eins ich lauf los ich lauf erst jetzt los weil ich mich noch muten musste gut ich gehe schon mal mit der maus auf den kill knopf sobald er auf blinkt muss ich ihn hämmern wie ein blöder wir können ihn wahrscheinlich auch die ganze zeit hermann aber das fände ich irgendwie wieder leben und wird es nicht gerade zufällig einer sein wahrscheinlich ist in der zwischste jetzt hier einer vorbeigelaufen das ist natürlich auch noch was und ding was man nicht genau weiß okay das war doch schon mal sehr praktisch der hat mich wahrscheinlich auch nicht kommen sehen wahrscheinlich haben wir das hier nein ist er nicht hat er hier hat er ich hatte ich habe ich mir vor recht hier und ein konnten scherz war irritiert hätte ja sein könnte dass jemand die leiche gesehen hat oder so ich werde auch nicht die cdu können guck so genauer ich bin grad einfach nehmen konnte ich jetzt da ist keine Die sind einfach an mir vorbeigelaufen, ich schwör. Hä? Ich verarsche mich. Da liegt ein toter Körper. Oh scheiße, das ist gar nicht meine Task des Communications. Sieht sich um Spätchen hier so Premium, ey. Oh mein Gott. Aber Ricardo ist auch im Kitchen, hä? Wie kannst du da... Ah, ich verstehe. Hey, guck guck, Conan. Da liegt einfach eine Leiche aufm Klo. Ich dachte zwar, wir reden nicht dabei, aber das ist okay. Okay. Guck guck. Nein. Oh mein Gott. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich war die ganze Zeit im Meeting Room. Oh mein Gott. Vor allem die Hälfte von den Sachen, die gesagt worden waren, stimmten einfach. Zum Beispiel, wo Spülk ein paar Mal meinte, dass er die Leiter neben dir hochgegangen war. Okay. Das Leiter hab ich nicht gesehen. Krass. Man sieht echt wie ich das als Imposter. Aber reden wir jetzt dabei oder nicht? Ich war irritiert. Ich bin dafür. Es ist viel lustiger. Weil du eh nichts vertrauen kannst. Ja, können wir gerne machen. Ich dachte nur bisher, wir reden nicht. Weil dann muss ich mich nicht buten. Okay. Ja, aber schön, als Imposter gefällt mir immer. Ja. Ich würde schon sagen, dass man jetzt nicht, dass man jetzt nicht so obviers... Man sollte hauptsächlich einfach dummen Scheiß sagen. Ja, genau. Und als Geist darf man dann auch nicht mehr reden, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Und als Geist nicht. Nee, nee. Als Geist nicht. Ja. Ja, ich hatte ja eben auch als Geist ein paar Mal geredet, weil das lustig war. Aber ja, ja. Okay. Heißt, wenn ich die Schnauze halte, dann bin ich auf jeden Fall tot. Und beim Imposter. Ey, Xian, hast du mich gar nicht gesehen? Von oben runterkommen? War das Bild da drüber, oder wie? Äh... Wo hattest du mich nochmal gekillt? Achso... Nee, nee. Ja, ich hatte dich nicht kommen sehen, weil ich gerade am Stromkasten mein Task gemacht hab. Weil ich hab dich grad so... Also ich mein, als Imposter siehst du das ja als ganz spät. Und deswegen hab ich dann gedacht, okay, entweder hat mich wirklich nicht gesehen, oder... Keine Ahnung. Ja, ich stand da... Ich stand da, weil ich... Nee, ich hab dich nicht kommen sehen. Ich stand da halt, weil ich mein Task machen musste. Und als ich den... Gerade als die... Als das Fenster weg war, hab ich dich da... Hab ich dich da stehen sehen und dann war ich auch schon tot. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ja, klar. Das geht dann recht schnell. Okay. Ja, dann nächste Runde. Also dann jetzt nicht muten, ne? Ja. Okay, gut. Das soll mir recht sein. Das ist für mich einfacher. Du... Du musst dich ja muten, wenn du stirbst. Versatzung. Ja, okay, das stimmt. Kann ich machen. Crewmate. Crewmate. Wer ist es? Wahrscheinlich Ricardo. Nee, ich bin Imposter. Alles klar. Okay. Dann darfst du jetzt gleich sammeln. Okay. Ich sabotier die... Communications. Warte, ist noch nicht. Hä? Ich drück' Cover, ist noch nicht. Ach so. Du musst nur einen raten. Ah, jetzt. Jetzt können sie die Augen aufmachen. Und äh... 5... 4... 3... 2... Sie seid jetzt alle tot. Aha. Aha. Du... Ah, das ist Conan. Du... Oh, das ist Conan. Dürfen wir dann eigentlich auch sagen, wenn wir unsere Task gefunden haben, um so ein bisschen... Druck auszuwiesen. Aber sag mir dann auch bitte, äh, wo du die Task fertig gemacht hast. Ja, klar. Hab ja sonst nichts zu tun. Äh, und... Und wir dürfen aber auch verraten, wo du bist, wenn wir dich sehen. Ja. Das ist andere... Okay, gut. Gut, soll mir recht sein. Okay. Weil wenn ihr mich seht, seid ihr schon tot? Ja, aber ich kann dann trotzdem zum Beispiel schnell... Vielleicht, vielleicht schnell genug reichen. Ah, er ist im Engine Room. Er ist im Engine Room. Conan, hau ab. Wo ist denn der Engine Room? Das ist der Engine Room. Oh mein Gott! Ja, da ist, da ist der Engine Room. Das war der Engine Room. Okay. Aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Okay. Doch, ich hab dich gesehen. Du bist... Okay. Kann auch da in dem Communications Room ein Task sein? Gekült, ja. Ich hab jetzt erst gedacht, Engine Room ist diese Electrical... Der... Ah, Conan. Das war Spurs. Soweit ich weiß, hat... Soweit ich weiß, hat Communications kein Task. Ja, auch da ist ein Download-Task. Ich war grad drin. Echt? Ach, Scheiße. Er ist in Electrical. Hä? Wieso kam ich das nicht? Aber er hat mich... Er ist in Electrical, aber er hat mich... Er hat mich nicht gekillt, also hat er Vokal cooldown. Okay. Oder ich... Hab... Ich hab... Oder du hast es... Ja, oder du hast es vercheckt. Ach, du Scheiße. Er ist in der Küche. 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 Oh mein Gott, mir fällt... Er ist in der Küche. 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 Okay, Conan ist offensichtlich tot. Ich hab... Ich hab niemanden in der Küche gesehen. Ich muss... Nach dem Download muss ich einfach nur da runter und Dings machen, ne? Er ist blau. Er ist blau. Genau, das war der Download. Der Moon Baby. Ah! Okay, er ist nicht da, wo ich bin. In Volt. Er ist nicht in Volt. Das ist meine Best. Das war der Download. Okay, ich bin fertig. Loll. Ich find als Geist meine Task nicht. Ja. Aber du bist als Geist schneller, weißt du? Ja, ich find's trotzdem nicht. Das ist ja sehr... Ich find's noch nicht meine Task. Leider. Ich hab meinen Auto nicht gefunden. Wahrscheinlich hängt alles nur an mir, aber ich find's nicht. Fuck. Also ich hab meinen Task. Und ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... ...und ich brauche... Das kann ich eh alles an Randy. Du bin die schneller? Achso. Ich glaub's auch. Das ist nur ein delay. Das ist nur ein delay. Das ist nur ein delay. Das sieht voll lustig aus, wie ich ihn aufhole und dann ist er wieder weiter vorne. Wo ist denn Conan? In Norway kein... Kein Threat. Wie, wo ist denn Conan? Du hast mich doch gekillt. Conan muss schon tot sein, weil der... Der redet nicht nach. Es sind schon zwei tot. Nee, ich glaub ich Conan. Also Reggie ist... Also der Orange ist tot und... Hey, du hast mich doch gekillt. Reggie und Conan sind tot. Der ist nur extra... Ich glaube, ich hab mein Task gemacht. Unklar. Ja. Ja, Conan geht's gut. Ja, Conan geht's gut. Ja. Ihr labert nur Stoß. Ich vermisse ihn damals, als wir noch zusammen in der Leiter gespielt haben. Reggie, please. Das ist doch Orangensaft. Reggie findet seine Task nicht. War schön so... War schön so. Ah. Das ist schön. Hm. Also ich hab den Imposter schon lange nicht mehr gesehen. Ich... Ich... Ich hab den... Ich hab den Imposter zwischendurch mal gesehen. Ich glaub der ist halt die ganze Zeit jetzt grad am rechten Teil. Das ist krass wie lange ihr überlebt. Während... Ich hier rum... Ich find euch niemand... Ich find euch... Ich hab das letzte... Den letzten den ich nicht gesehen habe ist... Sprölk. Ja. Und danach... Nicht mehr. Wir waren jetzt schon, Reggie. Achso, ihr seid alle rechts... Äh... Oder links. Nein. Ich kann ihm ja nicht sagen, wo er noch sein könnte, aber... Ich bin am Klo. Ja, okay. Verstehe. 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 Rechts also. Tut mir leid. Also ich glaub... Ich glaub es liegt wirklich alles an mir. Hä? Oh Gott... Oh fuck... Hatte er den fertigen Download? Nein! Jetzt verstehe ich, dass er das Elektro-Ding gemacht hat und dir nicht gemerkt wurde, dass es wo das war. War es das? Oder... Ach nee, es war... Okay, ich verstehe. Hä? Nee, ich verstehe nicht. Bei dieser Gun-Task... Muss ich diese Waffen auch irgendwo hinbringen? Gibt's so... Ja. Ah, Gun-Task. Das verändert einiges. Ja, neben... Neben diesen... Neben... Also direkt neben dem, wo du die Waffen gefunden hast, musst du den drängen. Aber hat er nicht... Jetzt bin ich verwirrt. Hat er nicht da unten grad was gemacht? Falls... Falls du dich... Ist da unten nicht der zweite Teil von dem Download, dann müsste er doch jetzt fertig sein. Hm... Nee... Keine Ahnung. Ja, okay, das war dann ich, der die ganze Zeit rum gebraucht ist. Leute... Ich war so blöd die ganze Zeit. Du... Du wusstest auch nicht mehr, dass das WLAN unten ist, ne? Ja... Oh mein Gott, okay. Ich hatte Download, ich hab als Geist die ganze Zeit rum geirrt, hä, wo ist denn der Upload? Hä? Da nicht, da nicht. Ich bin überall dreimal ganz, ganz unten. Ich laufe einfach die letzten 5 Minuten. Ich kenn die Map noch, aber ich komm ja eigentlich drauf. Ja, Ricardo, ich muss dir leider beichten, dass du mindestens zweimal an mir vorbeigelaufen bist. Ich saß nämlich auf ner Toilette. Okay, ja da hätt ich nicht reingeguckt. Ja, da wird man ja auch nicht gestört werden. Ja, ich darfst du einfach nicht reingeguckt. Ja, ich hab so einfach nicht reingeguckt. Also Toiletten hab ich immer durchgeschaut, wenn ich im Poster war. Ja, ich saute auf der letzten Toilette und ich habe vollen Jumps ganz zwischendurch gehabt, weil Spurge einfach die Tür aufgerissen hat. Ich halt auch. Boah, das ist so eine Strategie nächstes Mal, einfach so eine Toilette verstecken. Ich war so richtig nervös als Guys, weil ich meine Tarsan nicht gefunden habe und es einfach nur peinlich wurde. Und Conor hat mich die ganze Zeit verfolgt und das hast du noch schlimmer gemacht. Ich fand es einfach lustig, wie das ausgesehen hat, weil das sozusagen nicht ganz synchron war. Erst habe ich mich immer wieder dir genähert und dann hat es dich einfach wieder so ein Stück nach vorne geschoben, weil wir ja gleiche Geschwindigkeit haben mussten. Das sah immer so aus, wie wenn ich schneller wäre und dann hat es dich einfach ein Stück nach vorne gedrückt, sodass ich dich nicht einholen konnte. Ja, ich hatte ja nichts zu tun, ich war ja fertig. Ich habe einfach nur, ich habe mich echt geärgert, Spurge nicht mehr gefunden zu haben. Und Zean auch nicht. Ja. Also doch, Zean habe ich am Ende getötet, oder? Nee. Nee. Aber ja, das könnten wir Spurge vielleicht sagen, weil er sonst den Nachteil hat als Besatzung. nach links, aber dann scheint es dann nach links gegangen. Ich war die ganze Zeit auf dem Klo, außer vielleicht die letzten 20 Sekunden, da stand ich neben dem Safe, weil ich es dann auf dem Klo zu unsafe fand. Aber ich habe dich hier bei Electrical gesehen und wo du gesagt hast, oh, ich weiß wo Riccardo ist und so. Ja. Scheiße, wo ist ein hoch links? Keine Ahnung. Ja, wir sind halt in den gegengesetzten Richtungen gelaufen und du hast nicht schnell genug reagiert zum Glück. Ja. Okay, let's go. Das mit dem Download können wir vielleicht kurz Sprück sagen, dass er das weiß, falls er in Besatzung ist und einen Download hat als Aufgabe. Bei Scaled war es ja so, dass der Upload dann immer im Admin ist, nachdem du den Download sozusagen durchgeführt hast. Ja. Und hier ist es so, dass der Upload, da musst du unten aus dem Luftschiff raus. Das sind zwei so Terrassen, also du musst ganz nach unten und das sind zwei Terrassen und von beiden aus kannst du den Upload dann machen. Aber das muss man wissen, weil sonst rennt man da im Luftschiff rum. Ich bin ja eh in die nächste Runde im Poster. Genau, du bist jetzt wieder im Poster. Ich habe keine Lust mehr. Genau. Und bei den Waffen, das hast du selber rausgefunden, den musste man dann noch zurücklegen. Gut. Achso, nicht muten. Nicht muten. Nach der Runde hier muss ich auch mal aufs Klo. Imposter. Juhu. Conan, versteck dich mal auf dem Klo und warte, bis du gesehen auskommt. Mach einfach mal. Mach einfach mal. So, ich starte in der Küche und ich habe sabotiert. Wundervoll. Alle bereit? Dann zähl ich runter. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ich lauf los. So, und jetzt muss ich mich ja noch nicht muten. Das heißt... Du musst dich allgemein nicht muten, weil du im Poster bist. Stimmt, ich kann nicht sterben. Null. 60. Juhu! Ah! Bin ich draus geworden. So, der Erste darf als Geist seine Tasks suchen. Viel Spaß dabei. Das ist schlecht. Das macht's viel leichter. Ah! Komm her! Man muss halt auch einfach bisschen Glück haben, dass einem die Leute in die Arme laufen. Aber ich wende tatsächlich nicht so, ich hab da irgendwie mehr Lust drauf nicht zu wenden. Sagt er und steigt direkt aus dem Wind raus. Alter, ich hab überhaupt nicht gewendet. Jaja. Warum guck ich so, als wäre ich im Poster? Oh. Aber ich könnte mal wenden, aber ich weiß es nicht. Ah! Klar ist halt, versteckt sich schon jemand oder sucht ihr noch eure Tasks? Ja, ich lauf lieber alles an. Selbst Dinge, wo keine Short-Task sein kann. Wenn nur schnell genug regegen. Ich brauche nur noch einen. Scheiße! Und wir haben auch nur einen gebraucht. Conan, du hättest noch eine Sekunde weiter gehen müssen, wo du zu Electrical wolltest. Ich stand nämlich unten an der Leiter. Oh, der ist ärgerlich. Okay. Aber schön. Also er hat irgendwie gemerkt, dass Conan da ist. Und er hat nicht entschieden, doch nicht die Leiter hoch zu gehen. Also hoch zu gehen. Das war dann die falschen 50 Prozent, für die ich mich entschieden habe. Ja. Also ich wäre auch die Leiter nicht hoch gegangen tatsächlich. Also mein Plan war, ich stand an der Leiter und falls ich dich hätte ankommen sehen, du musst ja erstmal die Leiter runter, dann wäre ich schnell die Leiter hoch gegangen und abgehauen. Ah. Ja, eine Sekunde kann man nämlich nicht gehören. Ah, okay. Also wenn ich es richtig geteilt hätte, hätte natürlich sein können, dass ich es hart verkackt habe, dann wäre ich da dumm nah gestanden. Aber nein. Ja, nicht so. Okay, er hat gesagt, er muss kurz aufs Klo, ne? Ist er jetzt schon los gegangen? Ich muss nicht aufs Klo. Ich muss, Sekunde, ich mach kurz. Ja, geh einfach kurz. Wir haben Zeit. Passt schon. Kriegen wir hin. Okay, ja. Dauert ja normalerweise nicht lange. Und die Aufnahme läuft immer noch? Ja, ja, wir sind bei einer halben Stunde. Gut. Ja, dann lass mal quatschen. Lass mal die Zuschauer unterhalten. Lass die Zuschauer mal fragen, wann sie das letzte Mal C++ neu installiert haben. Du hast nicht C++, du hast Windows neu installiert. Das stimmt. Aber wegen C++. Du wolltest irgendwas kompilieren, hast du gesagt, und dann hattest du Speicherplatz voll und dann hast du Windows neu drauf gemacht. Gibt's gleich eigentlich auch noch eine Session Isaac? Wir könnten Co-op Isaac spielen. What? Es gibt ja den Co-op-Mode. Aber sind dann da die... also kann man da dann Dinger freischalten, oder? Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher. Man kann ja diese Co-op Babys dann freischalten. Ich google das mal. Ich bin wieder da. Okay. Ja, die Co-op Babys, aber ich glaube, du kannst die normalen sagen, kannst du nicht mit Co-op freischalten. Bin mir nicht sicher. Ich habe mir die Hände gewaschen. Okay. Dann machen wir weiter. Mal Zeit, wenn man das gleichzeitig macht. Hände waschen ist wichtig. Lach nicht, Conan. Ich habe nicht gelacht. Ach so. Ich bin mit. Im Poster. Mir dauert das noch mal. Ich habe die Augen zu. Ja, wenn du nicht gerade eine SSD hast, dann lädt die man halt ziemlich lange. Ich brauche die Augen nicht zuzumachen, weil ich muss ja warten, bis ich wählen kann. So, ist jetzt gesabotiert. Ja. So sagt man das. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ich darf er los. Oh mein Gott! Warte, ach so, es ist Spook. Ach du, ich dachte, das wird zählen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das ist jetzt ganz ungünstig gewesen. Das war nicht so cool. Conan ist ein Poto oder was? Ah, tatsächlich. Gammt. Conan geht es gut. Aber ich glaube, Ricardo nicht mehr so. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich bin mir alles erstaunlich ruhig. Ich glaube, wir können ihn schon mal beerdigen. Man sieht einfach nichts, wenn sie so vorbeilaufen. Ist ja schlimm. Ja, deswegen musst du einfach schnell reagieren. Das ist sozusagen der... Also Spook war eben bei Medical, so. Stimmt, ja, ja, ja. Okay. Ich tätere meine Aussage. Ich muss schreckt gar nichts reden können. Mhm. Tito. Spook ist oben in der Library. Library Library Library. Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Okay. Problem ist, wenn er immer bei mir ist, dann komme ich nicht dazu, meine Tasks zu suchen, weil ich nur abhaue. Ja, geht mir gerade ähnlich. Ich bin fast fertig eigentlich. Ich muss nur dahin kommen. So, ich hoffe, jetzt läuft er mir nicht entgegen, weil das ist mir jetzt ganz unge... Okay. Sorry, Conan. Was heißt denn hier okay? Es war es nicht du. Wer mir dann entgegen kam. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich habe mich schon irgendwo versteckt. Ich bin auch fertig. Oh, macht mich nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, ich komme zu Colin, aber... Aber ich war... Ich weiß, wo ich noch überhaupt nicht geguckt habe, dann wird es wahrscheinlich da irgendwo sein. Nope. Ja, ihr macht das schon. Nope. Gibt halt leider so ungünstige Gänge, wo man nicht mehr raus kann, wenn man da mal reinlaufen würde und dann kommt der einem entgegen. Aber bisher ist es zum Glück nicht passiert. Nope. Hier auch nicht. Okay. Wo war ich denn jetzt noch nicht, verdammte Axt? Puh, scheiße. Hier war ich noch nicht so richtig. Das könnte alles... Ich weiß nicht, ob da eine Task ist. Da, wo ich gerade bin, ist eigentlich so unfair für den Pass. Das macht ja nichts. Ich kann halt garantiert hier abhauen. Das ist unglaublich. Design! Ah! Ah, yes. Was war das? Bist du... Spulk, hast du mich gesehen? Nein. Nein. Ich bin einfach... Loll. Loll. Also, okay. Folgendes. Ich habe mich versteckt gehabt unten links in der Ecke beim... Also, wo der Upload ist. Und ich habe Spulk kommen sehen. Er geht dann nach unten auf den Steg und ich haue schnell ab nach rechts. Und gehe dann wirklich die ganzen Weg von da in die Vault und stelle mich dann bei der Vault hin, weil ich mich da als nächstes verstecken wollte. Und wirklich original zwei Sekunden später kommt Spulk von rechts und gilt nicht. Man kann sich in den Vault rein und ran kriegen. Ja, ja. Aber ich habe mich nicht neben den Wänden gestellt. Also, es ist... Da muss ja wirklich den selben... Exakt denselben Weg gelaufen sein wie ich, ohne mich zu sehen. Das war ja richtig kacke. Oh, man ey. Ja, schön. Ich habe die Dusche nicht gefunden. Also, ich habe die Dusche schon gefunden, aber ich wusste nicht, dass bei der Dusche meine letzte Task ist. Was ja krass gesagt hat, ja, Spulk ist auf jeden Fall gerade im Medical. Weil genau da war ich im Medical. Und ich habe so Scheiße. Ne, ja. Also, wo ich... Er war übrigens gerade im Medical. Das war so ungefähr 10, 15 Sekunden her zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Aber er war da schon so ungefähr bei einem Kloß irgendwo. Ja. Ja, genau. Das Ding war halt, Conan und ich haben ihn bei Medical gesehen. Und wir waren beide so geschockt, dass wir nichts sagen konnten für die nächsten 15 Sekunden. Richtig. Richtig. Okay. Dann, next round. Resatzung. Crewmates. 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 Ja, dann muss es wahrscheinlich ich sein. Ich habe aber noch kein Ergebnis, aber... Ah, Imposter. Ach so. Wirklich? Ich lege doch immer. Per Ausschlusswaffe. Ganz schön. Warte. Da haben wir gerade sehr schön gesehen, in welcher Geschwindigkeit wir alle laden. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Jetzt habe ich sabotiert. Oh Gott. Ich zähle von 5 runter. 5... 5... 4... 3... 2... 1... Und 0. 1... 2... 1... 2... 2... 2... 3... вот... 5... 2... 1... 1... 3... 2... 2 2 ... 2... 2... Jetzt kann ich mich endlich auch mal verstecken, jetzt kann ich mal nicht nur, nicht nur suchen, die ganze, okay. Oh, ihr macht mir alle Angst, ey. Ich hab nur 25 Sekunden, ich stand nur 25 Sekunden an meinem Task in der Kitchen, um zu verstehen, wie man ein Burger bewegt. Das Problem ist, also die Sache mit dem, ah, okay, sehr schön. Oh, lol, ich war der Letzte mit einem Task, okay, puh. Die Sache mit dem Verstecken ist halt so, wenn du dich versteckst, okay, aber das Problem ist, das Versteck ist dann halt tödlich, sobald er da reinläuft. Ja, sieht so, ich war mein Task verkaufen auf dem Klo. Also ich bin fast am Überlegen, Verstecken ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, sondern einfach weiter rumlaufen. Nee. Ich würde sagen, vielleicht doch zwei Tasks und keine Long Tasks, weil wir gewinnen gerade sehr viel, die Mates. Wir können auch zwei Tasks draus machen, aber ich fand eigentlich den Post damit schon recht oft gewonnen, oder? Ich finde auch, dass man, das ist eigentlich recht balanced, das ist halt so. Ich glaube, ich habe zweimal ganz am Anfang gewonnen und das war es eigentlich. Nee, ich habe alles im Post auch gewonnen. Mir ist es egal. Ah, stimmt. Ah, okay, ja, okay, dann ist es okay. Es ist halt wirklich recht viel Glückssache, wann einem entgegenläuft, aber auch, wann man seine Task findet. Aber ja, wir können gerne zwei Tasks draus machen und gucken, wie es läuft. Mir ist das egal. Ich finde es schon balanced. Ja, ich hätte irgendwie einen, dass ich die Post ja jetzt irgendwie nur verlieren, keine Ahnung. Aber ihr habt recht. So, dann machen wir die Wörter, oder? Okay. Ja. So angenehm, wenn ich nicht zwischendurch muten muss, muss ich an nichts denken, einfach nur spielen. Nimm dir an, nehmen wir auf. Ja. Versatzung. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ich bin Cremate. Ich bin es diesmal, Imposter. Sehr schön. Yay. Hast du schon? Nein, nein, nein. Jetzt ist es sabotiert. Jawohl. Oh, ich zähle runter. Ein Haufen hier. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin Cremate. Ja, los. Also, helldings. Hellblau, ich weiß. Ist das ein Blau? Ich weiß es nicht. Äh, Vorschlag, man kann ja auch, ähm, statt einer Short-Task eine Long-Task machenfalls. Ja, klar. Er ist gerade in, ähm, hier, neben der Küche ist er gewenzelt. Oh. Äh, also entweder Cockpit oder fort ist er jetzt. Oder halt wieder bei Wierung Deck. Oh, okay, wo, wo, wo muss ich diesmal hin? Was ist das für ein scheiß Raum? Ich kann's nicht, ich kann's, ach, das muss ich so, hä? Ah, jetzt habe ich's gelesen. Okay, perfekt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Oh, ach, raus, 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 raus. Cool, electrical, electrical, electrical. Ich freue mich schon, ähm, das in der Aufnahme zu sehen. Habe ich hier voll Schreck alles unbeschmissen? Nein, nein! Ah, scheiße. Oh, nee, jetzt sind mir da die ganzen Blätter runtergefallen. Okay. Ich wollte, ich wollte die Leiter runtergehen und habe die Karte geöffnet. Ich weiß nicht, wie was passiert ist. Geil. Gehen nicht die Leiter runter, gehen nicht die Leiter runter, Reggie. Oh, du jetzt. Oh, nicht. Achso, ich kann nicht kommentieren, wenn ich, jetzt muss ich mich muten. Er tot. Ich lebe. So, muss ich muten, ja. Okay. Ich bin mute und... Ah, äh, wie öffne ich denn... Hä? Ach, das ist, ach, lol. Das ist nicht die Karte, die ich öffne, das ist das Double-Test-Menü, okay, so gibt's dann. Ich glaube, nur im Kreis, ja. Ah, äh, Library, 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 Library. Hey, wo war der? Fuck, 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 fuck. Oh, ha, lol. What the fuck? War das, das war ja krass. Dankeschön. Die sind aneinander vorbeigelaufen. Achso, ja, 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 bestimmt. Ah, okay, ich habe meine Task gefunden. Immerhin. Bin fertig. Die sind aneinander vorbeigelaufen. Also, wo seid ihr denn, verdammt? Ich glaube, man muss sich einfach immer weiter bewegen, weil man hat ja den Vision-Vorteil, man muss sich halt nur darauf konsequenten zu laufen. Ah, ich habe Cian gesehen. Sing dich. Er hat ihn... Mit Library eben meinte ich, ob ich das recorde, ich glaube, das ist das Library. Cian. Er hat ihn echt gut umgegangen. Oh, 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 Meeting Room, Meeting Room. Was ist denn das hier? Leck mich mal ab, wo bist du? Ja, nicht mehr Meeting Room, ich finde es klar. Achso, das ist dieses Hell. Ich glaube, Cian ist in der Küche. Ja, okay, okay, ich weiß, wo du bist. Jesus Christus. Wixer. Cian, nur so ein kleiner Tipp. Guck mal über... Guck mal alle Türen durch. Weg. Beim Klo. Ich war eben schon beim Klo. Auf dem Klo ist gar keiner. Aber okay, ich verstecke jetzt auf dem Klo. Ich schwöre. Jetzt ist er hier natürlich. Ich finde Cian jetzt wieder nicht. Die meinen Games. Wo ist er? Ah, Spürk hat seine letzte Aufgabe gefunden. Das ist aber gut, wenn Spürk jetzt hier die letzte Aufgabe hat, dann dürfte das jetzt das gewesen sein. Nein. Boah, Alter. Ich bin ich aufs Klo gegangen. Ich war auch nicht zum Tor gegangen, das war mir klar, dass das Fake war. Schön. Ich war auf dem Klo, wirklich. Aber du bist fast direkt an Spürk vorbeigelaufen in dem Rekords-Ding. Ja, das war lustig. Ja, ich habe ihn auch gesehen, aber ich habe nicht schnell genug auf den Klo gedrückt. Das war lustig. Das sah echt cool aus. Ich habe mich die ganze Zeit unter Library versteckt. Bei der Leiter. Ja, das habe ich auch gesehen. Unter Library bei der Leiter. Mein erster Task war in der Library und dann habe ich mich direkt versteckt. Aber das meine ich halt, das ist halt ein tödliches Versteck. Also sobald er dich da findet, kommst du da nicht mehr raus. Leben. Nee, man. Welche Leiter meint ihr, welche Library meint er? Bei der Plattform, die rüberfährt. Im Gap Room. Ah, neben Library, okay, ja, verstehe. Ich meine, aber wenn ich ihn wenden sehen hätte, dann hätte ich einfach hochklettern müssen. Ja. Nee, den Wenden habe ich tatsächlich nie berührt. Ich habe mich relativ viel auf der linken Seite hin und her gewendet, aber da habe ich ihn leider nie jemanden gesehen. Weil ich habe ja so oft gehört von euch, so, oh, der ist bei Library, der ist bei Library. Ja, ich habe es ja irgendwie nicht einmal gesehen oder so. Aber er hat mich nie erwischt. Ja, und von dem viermal habe ich dich locker zweimal auch gesehen. Also das eine in Electrical, dass du mir da abgehauen bist in Electrical, das fand ich fies. Okay, wie ist es Taskmäßig? Sollen wir von kurz zu lang wechseln, oder? Ja, aber warte, nee, ich glaube noch nicht, weil, ähm, man. Weil lang können halt so Sachen passieren, wie hier dieses Wäsche einsammeln, diese sieben Schalter unten drücken, das wäre ziemlich lustig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt schon relativ balanced auf mich. Ich denke auch. Also ich hatte gerade massig Zeit, alle zu töten. Ich habe es nur einfach nicht hingekriegt. Ja, ich denke auch. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der blockiert. Also wir können gerne wechseln, wenn ihr das wollt. Wäre ich ein bisschen kompetenter gewesen, hätte ich das gewinnen können. Also passt für mich. Okay. Also ich wäre eher für eine Long-Task, aber wir können das alles sowieso lassen. Wir können ja auch im nächsten Part dann nochmal eine Long-Task machen. Die Long-Tasks im Air-Chip sind Hammerscheiße, also bitte nicht. Deswegen wäre es fast umso lustiger. Also ich würde fast, so mal für eine Testrunde wäre ich schon mal tatsächlich. Aber jetzt können wir es mal normal weitermachen. Solange ich den Tresor nicht habe, ist alles gut. Ja, das wäre halt super lustig, wenn du da festhängst die ganze Zeit, ne? Der Tresor ist halt ein Long-Task, glaube ich, ja. Ich bin der Poster. Sehr gut. Wer, Reggie? Ja, orange. Wir müssten nur Spürk jetzt mal die ganzen Long-Tasks dann erklären, weil er die noch nicht kennt. Ich kriege das schon hin. Okay. Also habt ihr das Long-Task oder noch nicht? Ne, ne, ist alles noch normal. Alles noch normal. Äh, ist aus. Ihr könnt gucken. Dann sehe ich noch unter 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So. So, ich muss auf orange achten. Ach, diese scheiß Dinger einsortieren in den Records wäre wahrscheinlich auch eine Long-Task. Oh, Reggie ist links. Ja. Links klingt nicht so, dann gehe ich andersrum. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Lauf ich da zwar alles ab, was ich schon abgelaufen bin, aber was soll's. Lack. Wahrscheinlich ist es eh wieder. Nein, hier ist es nicht. Reggie, ist hier ein Elektriker, Elektriker, Elektriker. Ah, geh doch weg, was ist hier wie Elektriker? Ah, fuck, ich habe mich verloren. Scheiße. Puh. Hast du immer Glück gehabt, Sian? Ja, und ich auch. Ich habe immer Glück. Ich bin gerade in den Elektriker reingelaufen. Ja, ja. Da waren gerade drei Leute, ja. Echt? Ja, ja. Wir waren gerade da. Spult war zwei Sekunden vor mir auch noch da, ja. Also bevor du gekommen bist. So. Sollte ich hier aber sicher sein. Oh, okay. Was? Ah, das ist ja sehr praktisch. Ich dachte, ich hätte Ricardo gesehen, aber schaffst du. Das ist ja super praktisch. Ich habe eine Befürchtung, wo Conan ist. Aber ich will nicht sagen, wo. Ich habe auch eine Ahnung. Das war lang sein, verdächtig. So. Oh Gott. Also ich bin fertig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo der steht. Jetzt wollte ich den Leiche umbringen, ey. Okay. Was? Hallo Reggie. Wie geht's? Wo ist er? Äh. Sagen wir mal, ich habe ihn verloren. Ja. Wo war das? Wo war das? War in Kitchen vor zehn Sekunden. Kitchen, Kitchen. Er könnte jetzt nicht, er ist wahrscheinlich Security weitergelaufen. Okay. Kann man die? Ne, kann man nicht. Das ist ja doof. Also ich habe meinen Task noch nicht gefunden. So, dreimal darf ich raten, wo Conan steht. Ne, okay. Äh. Ich hätte hier, ich hätte hier gearbeitet, okay. Wo ich stehe? Ich stehe nicht, ich laufe rum. Achso. Scheiße, fuck. Wend, 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 wend. Ja, ich stehe ihn, ich stehe ihn. Okay, er ist weggewandt von mir. Und da ist eine Plattform, die da immer von links und rechts ist. Nein. Geil. Oha. Wo ist denn jetzt mein Task? Oh, geh, geh, geh weg. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe Glück gehabt. Das war gut. Oh, Mann. Ich muss ja wieder einkriegen, sorry. Ich weiß nicht, ich bin hier so nett. Ich glaube, ich will lieber einfach wirklich die ganze Zeit rumlaufen. Ich will auch einfach nicht rumstehen. Das ist auch irgendwie fürs Let's Play langweilig, glaube ich. Ja. Deswegen. Ich will auch mal lieber rum in meine Arme am besten. Ich werde jetzt schon dreimal fast in deine Arme gelaufen, aber du hast mich immer nicht bemerkt. Ich habe dich noch kein einziges Mal gesehen, oder so? Du hast mich echt nicht gesehen? Also das finde ich gut, das finde ich gut. Okay, das finde ich gut. Ich glaube, es scheitert so ein bisschen an mir. Ich finde mein Task nicht. Als Geist. Ich finde mein Task auch nicht. Oh, 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 okay. Hallo, Hallöchen. Wo bist du? Oha, da ist noch einer erwischt worden. Oh, fuck, ich habe ihn. Scheiße. Das heißt, es fehlt jetzt. Wie viel musst du killen? Drei, ne? Ich bin Xer die ganze Zeit ausgewichen. Jetzt weiß ich der wie die ganze Zeit aus. Das heißt, ein Kill und du bist fertig. Ja, ich brauche noch einen. Okay. Und wir scheinen mal noch einen Pass. Ich bin mir auf der Map gut aus. Wäre lustig, wenn wir mitsuchen dürften. Ja, helfe ich mir aber bitte. Ich glaube, ich habe die Hälfte, meine ich. Nicht dir. Okay. Oh, da hat er jemand erwischt. Ich habe am Schluss noch die Pizzakiste gefunden. Was mache ich mit der Pizzakiste? Ach so, ja, einfach draufklicken. Ja, ach so. Also dann habe ich den Task drauf gemacht. Pizzakiste? Bis sie weg sind. Und auch seine Spille. Ach so, er meint die, er meint die Wand. Der Wand, wo dieses Pizzastück drin ist. Einfach die Sachen draufklicken. Der Wand ist schmutzig und du säuberst den Wand. Ja, dann habe ich den Task gemacht. Dann habe ich den Task gemacht. Okay. Ja, das war dann der Task. Also da gibt es auch keinen zweiten Teil. Ja. Was hat dann jetzt noch gefehlt? Warum haben wir nicht gewonnen? Ich glaube, du hast es nicht richtig fertig gemacht, oder? Das ist direkt weggeklickt. Ich überlege gerade, ob ich meinen Task überhaupt hatte. Vielleicht habe ich vergessen, hinzumachen. Ey, was haben die Dings in die X-Gern reingelaufen? Und andersrum? Ich kann gerade nicht mehr sagen, was mein Task war. Ey, als ich gesagt habe, das ist praktisch, meintet ihr, ihr wisst, wo ich bin? Was habt ihr denn vermutet? Ich habe nicht gewonnen. Ich dachte, du stehst bei der Brücke, also wo man an der Plattform rüberfahren kann. Ja, dann hat er, nee. Nee, nee, das Praktische war, dass der Download genau überhalb von der Terrasse war. Ja, stimmt. Dann konnte ich praktisch vom Download direkt zum Upload laufen. Falls du wissen wolltest, was da eben so lustig war, Conan, als ich mich totgelacht habe, Reggie kam von links und ich stand an der Plattform, bin dann natürlich sofort auf die Plattform gestiegen, da konnte er mich nicht mehr killen, denn ist Reggie durch den Vent gegangen auf die andere Seite, hat da quasi dann schon auf mich gewartet, dann bin ich schnell wieder zurückgegangen, er wieder zurück durch den Vent. Das haben wir locker dreimal gemacht, dann bin ich einfach nach links abgehauen. Aber einfach Spulk, da konnte ich mir nicht siegeln. Schön. Äh, Ricardo, bist du rausgefloschen? Stimmt, und dann stand Spulk plötzlich dazwischen, der ist dann noch tot umgefallen und so und dann ging es weiter. Ich bin einfach sehr überrascht von dieser sich bewegenden Plattform. Habt ihr vorher noch nicht gesehen. Ja. Ja, das Airship hat schon echt coole Features, muss man sagen. Ja. Ich wollte mich im Grenz am Ende gerade wieder dahin stellen, aber da ist mir Reggie leider entgegen gekommen. Okay. Äh, Ricardo, hast du jetzt irgendwas gesagt? Was mit dir? Ah ja, perfekt. Gut. Ähm, wollen wir Part beenden? Wir sind bei 52 Minuten oder wollt ihr noch eine Runde aufnehmen? Geht da noch, oder? Noch eine. Gut. Dann auf geht's. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ich wäre auch gern nochmal im Poster tatsächlich. Same. Okay, ich find's nicht. Roommate. Roommate. Ich hab noch nix. Es ist, es ist Ricardo. Okay. Geil. Ja, ich bin im Poster. Ähm, ja. Ich muss noch zehn Sekunden warten, bis ich sabotieren kann. Ja, das ist okay. Ähm. Du kannst nix dafür, dass du bei der Deutschen Bahn angestellt bist. Aber ihr könnt ja schon, ne, ihr könnt nicht rennen. Nee. Aber jetzt könnt ihr Augen aufmachen und rennen und so weiter. Okay, perfekt. Ähm, ja, ich mach mal zehn von fünf runter. Also, drei. Jetzt musst du auch nicht mehr zählen, jetzt sind wir schon losgelaufen. Ja, okay. Tja. Dann selber Pech gehabt, wenn ihr nicht die fünf Sekunden nehmt, die ihr braucht. Aha. Oh Gott, ich muss an den Arsch der Welt laufen. What the fuck? Oh. Okay, äh, Main Hall, Main Hall. Okay. Boah, das ist ein Parcours. Richtiges Parcours, Mann. Wie, das ist ein Portas? Wollt ihr mich verarschen? Was hast du? Ah, ich weiß, wo du bist. Oh nein, ja, okay, ja, ich, ich hab. Was ist, was ist der Shot? Bist du, bist du Blue Baby? Also, was hast du? Hast du die Showers vielleicht? Ja, nee, das ist Shot. Äh, Showers. Der war bei dem, äh, bei dem, bei der Dusche. Also, ah, fuck. Nee, nicht bei der, ich bin nicht bei der Hammerdusche, sondern bei sich. Ah, ich hab meinen Tast. Wahrscheinlich. Ja, ich hab die Handtücher vielleicht. Achso. Ja, der ist doch keine Shot-Task. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber man weiß es ja nicht. Manchmal sind ja die Zuordnungen ganz komisch. Boah, ich bin noch niemand, außer mir die begegnen. So, ich weiß, wo mein Task ist, ich muss nur noch durchführen. Ich bin da jetzt weg, deswegen kann ich sagen, ich war verwundert, dass das Ordner sortieren ein Short-Task ist. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, tatsächlich. Das ist ein scheiß Task. Ah, ja, stimmt. Den hatte ich nämlich gerade. Okay, wie lange geht's in den Range? Ich dachte, ich bin fertig. Achso. Ich spiel. Ja. Oh, ich bin fertig. 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 Gut, Riccardo? Achso, wir spielen noch eine Runde. Ich würde schon ja noch eine ran. Das war jetzt so kurz, da können wir noch eine rein. Achso, okay. Warte, ich muss jetzt Among Us wieder öffnen. Ach, hä? Ich habe geschlossen, weil ich dachte, das wäre die letzte Runde. Ja, aber wir wollten ja gar nicht mit der Aufnahme aufhören, wenn dann nur mit dem Part. Also, außer du hast keine Lust mehr. Ich wollte aber genug nach der Aufnahme noch kurz auf Toilette und so weiter, aber okay. Achso, wenn du dringend musst, dann kann das Part beenden. Nein, komm, ich bin schon drin, okay. Okay, perfekt. Ich wollte nämlich so direkt anschließend schnell noch eine Runde starten. Im Post. Aber du musst doch nicht Among Us schließen, wenn du aufs Klo musst. Im Post. Im Post. Richtig. Ich. Ich leider auch nicht. Ich bin's. Ich bin's leider auch nicht. Ich bin's leider auch nicht. Ja, ich bin's. Jetzt in den Post. Ja, ist ja gut. Ich, 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 ich. Fünf, vier, ah, okay. Du hast doch gar nicht gesagt, dass du sabotiert hast, aber okay, cool. Sorry, sorry, okay. Laufen wir einfach mal los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, so. Wer ist denn jetzt im Post. Ich glaube, Colin ist im Post. Ja, ich glaube, Colin ist im Post, oder? Also alle Pörplere weglaufen. Ich glaube, grün ist im Post. Ich glaube auch, Conan ist im Post. Ich glaube, Counter ist im Post. Alter, was ist mit mir falsch? Jetzt guck ich hier überall, ob ich Tars habe. Ich sag selbst, ich bin nicht mehr im Post. Oh, hallo. Im Post hat sich selbst verwirrt. Ich habe tatsächlich nicht verstanden, wer im Post da war, okay. LOL. Sorry. Das ist auch ein Schwarz-Tarsk? Was? Was hast du? Ich habe hier, ich, ich habe hier die wildesten Tarsks. Was ist das? Ah, okay, ich weiß, was das ist, okay. Nein! Hallo. Oh, okay, gut, dann ist er nicht da, in der Nähe. Okay, dann ist das schon mal kein... Achso, ich bin mit dem Mute hin, sonst kann ich nicht reden. Ich frage mich gerade, ich frage mich gerade ernsthaft. Also, wenn Kondo, das ist der Orgen wo unten. Okay, aber dann habe ich jetzt schon, bin ich schon fertig und keine Zusatzung haben. Ich frage mich gerade ernsthaft, was hier nicht, was hier kein Short-Tarsk ist. Oh, er hat schon zwei, das heißt, er hat auch einen. Kannst du mal antragen, dass, dass Handtücher einsortieren ist auch ein Short-Tarsk. Ey, ich war doch gerade da, da warst du nicht. Wie, aber jetzt? Dann hast du nicht, dann hast du nicht genau genug hingeguckt, offensichtlich. Ich bin dreimal daran vorbeigelaufen. Das hätte ich in Ordnung-Tarsk gesehen. Ich habe dich, ich habe dich auch zweimal gesehen. What the fuck? Hä? Was? LOL. Ich habe, ich habe nicht gedrückt. Was soll das? Scheiße. Ich glaube, Riccardo ist in Poster, ich glaube, das war ein Safe-Report. Lass mal rauswählen. Lass mal vorsichtig, lass mal vorsichtig skip-voten und Reggie zählt nochmal vom 5 runter. Ich glaube, das ist das Beste. Was war das? Ich habe echt nicht gedrückt. Ja, vielleicht bist du kurz abgerutscht von VHS-D0 auf R gekommen oder sowas. Ich bin ja auch mit iPad, aber ich habe nur den Joystick benutzt. Okay. Und ich weiß nicht, wie ich dann in den Report-Bugten gekommen bin. Aber ja. Sehst du nochmal runter, Reggie, oder geht es einfach los? Ja, ja, ja. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Ach, jetzt verfolgt der Reggie nochmal. Sorry für den, äh, das ist peinlich. Jetzt sind ja leider auch die Leichen weg. Das ist traurig, ne? Das ist ja zum Glück jetzt nicht so ein Modus, wo das irgendwie schlimm ist, wenn man das macht. True Story. Hier, hier ist niemand. Der Fehler lässt sich aber eben, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich joke auch nur gerade. Keine Angst. Ich habe jetzt keine Gewissensbüsse, weil ich aus Versehen an den Report-Bugten gekommen bin. Oh, 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 oh nein, das war's. Oh nein, oh nein. Nein, ich bin tot. Keine Angst ist es. Das war's. Okay, das war eine interessante Runde. Gut, ähm, ja, dann würde ich den Part an der Stelle beenden. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal bei Isaac. Viel Spaß. Da geht, weil es müsste. Morgen, morgen, es kommt Isaac und heute ist wahrscheinlich heute auch ein Part rausgekommen. Es ist immer empfehlenswert, Isaac bei Conn zu gucken. Da würde ich mich anschließen, richtig. Immer schön Isaac um 9 Uhr gucken. Aber aktuell zähle ich nur rum, es ist furchtbar. Aber es ist, ja, egal. Danke fürs Zuschauen. Jeden Wochentag. Oder morgens. Auf Kika. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.